Wie weit würdest du gehen, damit sich deine Träume erfüllen? Aufgewachsen als türkisches Migrantenkind in Deutschland, getrieben von Freiheit und einem selbstbestimmten Leben, muss Jacqueline entscheiden, welchen Weg sie gehen wird. Eine lange, beschwerliche Reise, in der Liebe und Mut ihres ständigen Begleiter sind. Sei es als junge Frau, sich beruflich in einer Männerdomäne durchzusetzen, der Aufenthalt im Frauenhaus oder der lebensbedrohliche Kampf gegen den Brustkrebs. Und so bin ich meiner Erkrankung begegnet. Es war eine harte Zeit. Ich habe sie besiegt. Doch ich erkannte, um neuen schönen Dingen offen gegenüber zu stehen, musste ich Vergangenes ziehen lassen. Und es eröffneten sich mir völlig neue Wege. Die Mutmacherin, nach einer wahren Begebenheit von Jacqueline Bakir Brader. Eine Hommage an das Leben, die zeigt, dass Träume wahr werden, wenn man anfängt, der Stimme seines Herzens zu folgen. Eine Hommage an das Leben, die zeigt, dass die Stimme seines Herzens zu folgen. Die Stimme ist die Stimme, die Stimme seines Herzens zu folgen. Untertitelung des ZDF, 2020